Na, gucken wir mal, probieren, welcher trotzdem. Komm, gib ne Eis, wenn du triffst. Wow, für wen? Für mich? Ne, für Suf Chris natürlich. Das ist bei uns zu viel. Du wolltest schon Sepp sagen. Oh! Alter, nein! Nein, für Christian! Alter, nein! Nein, 10 von 10 Wurf! Wakanda, Alter, was war das denn für ein Premium-Wurf? Süßigkeiten motivieren mich. Ja, aber wirklich.